Mit zwei Kindern wurde alles ziemlich kompliziert. Ich erstecke. Ich geb ne Anzeige auf für ein Kindermädchen. Ich bin übrigens Louise. Ich bitte um Verzeihung, aber ich denke, da ist gerade jemand aufgewacht. Ja, dann geh ich da mal nachsehen. Ach, ja? Entschuldigen Sie. Sie dürfen ganz beruhigt gehen. Küsschen, meine Lieben. Auf Ihre wunderbare Familie. Die Kindermädchen ist super. Man sieht, dass die Kinder mag. Louise! Sie kommen ja immer früher. Louise! Ja, ich schlafe wenig. Louise! Milla! Milla! Hey! Oh, mein kleiner Schatz. Du wirst nie wieder einfach so weggehen. Verstanden? Sollte dich etwa jemand entführen? Ich sag dir, was so ein Mann dir antut. Er nimmt dich mit und behält dich ganz für sich allein. Dann kannst du weinen und schreien und niemand kümmert sich um dich. Ich mache mir Sorgen um Milla. Sie verbringen mehr Zeit mit ihr als mit uns. Ich finde, wir sollten uns von ihr trennen. Ich will keinen, der mir im Weg steht. Abgesehen von den Kindern, meine ich. Und was machst du, wenn sie nicht mehr da sind? Sie werden immer da sein. Sie haben Vertrauen. Sie wissen es. Ich verschai teleport eso. Ja, dass es genau das, was Minister Io dont denn sie ansiedelt ist. tänker runter. names ist 네, mein lieber Schatz und ich weiß. Aber mit euch zu sagen. Wenn wir diesen Hop mai haben, Und dann is